Was hindert uns daran, jemanden wie diesen Syrer, der diesen armen Menschen da jetzt in der Dresdner Altstadt umgebracht hat, dessen Vergehen es einfach ist, schwul zu sein? Ich bitte Sie. Wir müssen doch keine Sekunde darüber diskutieren. Ja, genau. Aber was hindert uns daran, es ist das Auswärtige Amt, es ist ihr Ressort, es ist ihr Minister, es ist Heiko Maas, der die Risikobewertung vornimmt. Erstmal hindert uns die Rechtslage da dran. Aber wir können die Rechtslage anders einschätzen. Ja, aber es gibt ja Gründe, warum die Rechtslage so ist. Aber welches Syrien haben die Schweden vor Augen und welches Syrien haben gut Deutschland vor Augen? Ja gut, die müssen das selber bewerten natürlich. Ich will hinterfragen, welches Ziel verfolgen wir, wenn wir Leute dort aus dem Verkehr ziehen? Und zwar egal, ob wir sie in den Knast packen oder ob wir sie nach Syrien dann am Ende zurückführen. In dem Fall, Entschuldigung, in dem Fall, der ist schwer kriminell, kommt aus dem Knast und wenn der abgeschoben wird, noch am selben Tag nach Syrien, lebt dieser arme Mann in der Dresdner Altstadt weiter. Das ist der Punkt. Gut. Ja? Ganz einfach. Wenn wir uns jetzt einmal von diesem konkreten Fall entfernen sollen, wenn wir uns jetzt einmal von diesem konkreten Fall entfernen sollen, die grundsätzliche Frage beantworten, welches Ziel verfolgen wir? Diese Leute sollen nicht schädlich sein. Sie sollen keine Anschläge durchführen können. Nicht bei uns, aber doch wohl bitte nach unserem Verständnis auch anderswo nicht. Wir können uns ja nicht Problemen dadurch entledigen, dass wir Leute irgendwo außer Landes bringen, uns dann nicht mehr interessieren, weil wir ja auch gemerkt haben, und die kommen mitunter auch zurück, häufig genug festgestellt, tatsächlich vor Ort. Das ist eine Nebelkerze. Nee, das ist überhaupt keine Nebelkerze. Aber ist denn das Menschenleben in Syrien... Wir müssen doch nicht Probleme lösen, die wir gar nicht haben. Wer setzt denn die Bestrafung dieses Menschen vor Ort in Syrien im Moment durch? Wer setzt denn die Bestrafung dieses Menschen vor Ort in Syrien im Moment durch?